Und herzlich Willkommen bei der Vollidioten. Ja man, starte direkt mal. Erstmal hier sexy Karre. Was ist eigentlich das Thema deines Autos? YOLO. Alles und nichts. Alles und nichts, das ist auch was. Alles und nichts ist nicht nichts und nicht alles. Alles und nichts ist nicht alles. Schon krass, ne? Guck, ich würde rausgucken. Ja, geiler Scheiß! Die Summer scheinen super zu laufen, wuh! Die Summer scheinen super zu laufen. Oh, ich hatte angezeigt, das ist fünf kleine Kästchen. Tch. Oh, ich hab gefehlt. Nein! 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 Ich hab gefehlt, ich bin ja bestehen geblieben! Oh, vielleicht hab ich noch nicht mehr gespielt. Ist das Ranked? Ja. Ja man! In die Fresse! Wie lange hab ich's nicht mehr gespielt, wie jetzt oder? Okay, ich fahr drauf, okay? Ah ja, fahr drauf. Oh Gott! Die haben bestimmt so versucht, die Gegner. Oh Gott! Hab ihn! Wuhuu! Ich kann ihn mehr! Oh, warte, ich lass den mal vorstocken. Der Trolli. Der trollt mal wieder. Was ein Troller. Geht's! Oh Gott! Ich hab ihn! Nein! Was machst du?! Nein! Alter, was?! Ist das dein Ernst?! Oh mein Gott! Alter! Ja man! Ja man! Wir verlieren so richtig hart! Ich schützt das eigentlich doch, oder? Ich bin 27, aber man könnte grad sagen First Time Rocket League. So nach vier Wochen, oder vier Monaten eigentlich, Pausen? Wenn's überhaupt schon vier Monate raus, muss keine Ahnung. Ah! Hol' ihn dir! In die Mitte damit! Ja, ich hab' ihn! Scheiße! Ich hab' ihn zweimal gerettet! Oh Gott, ich treffe nicht mal mehr. Was machen wir hier? Ja, ich hab' ihn getroffen! Ab' ihn! Putz! Wie ist das denn? Jeder, der das Spiel mag und sucht hat, wird jetzt jetzt Flame. Oh Gott! Was für Noobs! Und sowas ist Level 27! Ja! Ja, papa! Ja! Ich bin froh! He容! He容! Hau ihn rein! Bitte! Oh Mann! Ich hab nen Typ reingehauen. Mann, Alter! Was versucht dies? Was sind das? Experten, Veteranen, natürlich! Nein, nicht! Wollt mich doch verarschen! Einer der 1 über uns ist und einer der 2 über uns ist! Hab ich am schönen Nettblut? Ah, Level 40! Was? Wirklich ein Suchti, Alter! Komm, komm! Ja! Scheiße! Du bist gegen mich gefahren, ich gehe gegen mich! Ja, ich wollte dich eigentlich drauf rusten, aber ich hab dich nur so... ...abgeschabt irgendwie. Komm, Antwort ist jetzt das Ziel! Komm schon! Ja! Ja! 4-1! 4-1! Getrackt, Alter! Wir machen ihn kalt! Komm weg, Junge! Komm weg! Wir sind Snowballer! Hau wieder rein! Ich sag's doch! Ich sagte es doch! Komm weg! Mann, Alter! Innen, Alter! Ok, rein! Du bist best like! KxN! Das ist schwarzer. Ich beträcht dich von dir Leftford! Mach! Die günsten dir vor's Tor. Oh mein Gott, Alter. Was für so schießt. Ja, ich hab ihn getroffen. Mit er. Nein, hau ihn rein. Scheiße. Das wird glaub nix mehr mit dem Sieg. Nein, du hast dich weggerammt. Immer zuversichtlich sein. 10-0. Letzte Minute. Zuversichtlich sein. Es könnte noch so ein Kevin daherkommen. So ein Alpha-Kevin braucht man da schon. Alter. Boah. Dieser Trolli, Alter. Der Troll dich. Das ist der Experte. Geil. Outrate. Ich hab ihn. Oh mein Gott, wir haben ihn beide. Und doch irgendwie nicht. Oh mein Gott. Der Play ist von mir. Gott. Trolli macht ein Eigentor. Los. Doch kein Comeback. Fuck. Los, gib Gas. Comeback. Comeback, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wenn wir das noch für Unentschieden machen und dann noch gewinnen, Alter. Dann könnt ihr euch den Namen merken, dass ihr alle zuflamen. Was für Noobs, Alter. Experten, Veteran. Ich glaub, dass ich... Okay. Ich war jetzt gegen drei Monate lang nicht gespielende Profi. Ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. So scheiße. Tuttle Power. Bekomm ich den, bekomm ich. Er hat ihn weggekriegt. Und... Aus. Ja, das war nicht klar. Loll. Ranglistenpunkt wird jetzt komplett anders angezeigt. Ja. Ich hab ein QBist daraus hatte. Oh, eine neue Antenne. Cool. Ja, ich hatte schon alles freigeschaltet und war schon dabei, nichts mehr freizuschalten, aber... Ja, wir haben heute Weiche nicht mehr gespielt. Da kam ein Update. Besschen. Neues Match suchen kann man schon direkt. Ja. Cool. Damals, da ging das noch nicht. Ja, im Rank-A-Torten. Junkie-Funk und... El-Hefe. Veteran, Veteran. Ihr dürft sie zuflächen, weil wir machen die Kalk! Ammoner-Kalum! Oh fuck. Ja man, easy. Fuck. Nein! Kopfschü, zieh! Ja man, outplayed! Oh mein Gott. Ich färb nach links gelenkt. Ich trottel. Ich bin bis zu denen geflogen, Alter. Was schreiben die? Knapp. Komm, mach's Tor! Ja! Ja! Komm weg! Warum hab ich Tor-Schuss bekommen? Ja, weil es halt aufs Tor war. Du hast das Tor und ich hab nen Schuss da drauf bekommen. Ja man. Off the post and into the other. Hä? Keine Ahnung. Komm, mach kalt. Ja man, easy! Keine Ahnung! Hiiii. Oh mein Gott, Alter. Ich meine, das war so fette. Also, Junkie, Funk und El-Hefe. Ihr solltet euch umnennen, sonst seid ihr am Arsch. Ihr sollt euch was schälen. Hier, die Fame-Tuber hier. Das sind natürlich am Start und die machen euch kalt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, der Ball. Alles kalkuliert. Ja, von dem wahrscheinlich. Der hat den 100er Boost. Oh man. Ich hatte keinen Boost mehr. Ja, der hat mir auch den 100er genommen. Ich hab weggeprügelt. Woa, Alter. Mitte! Oh mein Gott, der geht drüber. Ich hab kein Boost. Jetzt hast du Boost. Ich hau in Mitte! Oh mein Gott. Mitte hinten! Grob gesehen war das ja Mitte. Ja! Der kommt Mitte. Oder auch nicht. Hab ihn! Boah, Alter. Blockiert! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Ich will ihn nicht mehr sehen! Das ist ne Bombe. Ja! 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 Team Play! Team Play! Team Play! Oh mein Gott! Da kommt Ruhrs Mitte! Da kommt Ruhrs Mitte! Da hat er nicht aufgewertet. Das war es nicht nur hin! Oh leu! Der hat mich voll weggeraht! Der kam mir einer entgegengeflogen! Der hat mich voll weggeflogen! Der hat mich voll weggeflogen! Der hat mich voll weggeflogen! Das ist ein Arsch! Der kam einer entgegengeflogen! Den hab ich gar nicht gesehen! Guck mal, der hat mich voll weggeraht! Wee! Ich höre das Herz Neuer mit diesem komischen Autos da mit L... ...Dingsons da! Dingsons? Ja mit dem... Dingsons! Ähm, hast du den? Ich hab den Chip! Hab ihn! Oh mein Gott! Boah, ich hab den Ball nochmal hochgeschrieben! Und weg! Oder auch nicht! Alter! Du troller, du! AAH! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Gut! Nein! Sehr gut! Ja, mein Doppelpass hier! Nimm's mit der Flanke! Oh mein Gott! Ich hab den abgewährt! Und ich hab grad irgendwie Lecks! Ist das ein EU-Server? Ja! Bitte! Eigentor! Oh mein Gott! Sorry, sorry! Beide Schreiber müssen wir sehen! Guck mal 42! Der Hundschrank! 42! 42! Cover more space! Schon gar keine Pre-Made wahrscheinlich! Ja, Pre-Made OP! U-UH! 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 O-UH! Das er so hoch noch springen konnte! Alter! Ja, man! Ich gebe es mir hart. Oh mein Gott. Einfach abwehren! Scheiße. Ich habe den Typ nicht anfliegen sehen. Egal, schaffen wir. Komm, wir müssen uns nur noch 30 Sekunden halten. Achtung! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein, oder? Ich hab ihn abgewehrt, ja du... Bitte! Hui! Ich hab dich fliegen gesehen! Nein! Ja! Ja! So, noch mal kurz die Namen durchgeben zum Flame. Wer ist es? Oh, Fuzzy Vamp! Shunky Fang El Hefe. Geile Hefe hier. Komm rein, sag mal 20 Minuten. Ich hab nen Timer, übrigens. Äh, ich hab zwei Timer aufm rechten Bildschirm. Richtig perfektionell! Ist schon bei 16 Minuten. Woviel? Ehe, 16, 43. Ich hab' mir 16, 42.. Ach das ist die geile Vamp! In dem Bahnhof! Ich kann ihn mehr! Oh, Alter! Alles klar! Gut! Weil ich wäre unten drunter durchgeflogen, oder bin sogar! Schau es an! Ich war direkt hinter dir, konnte Kau reagieren! Boing! 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 Warum sind denn der Roboter an? Um 23 Uhr! Versteh ich's nicht gut! Oh mein Gott! Was ist los um 23 Uhr? Nur noch Veteran und Experten unterwegs! Oh, Veteran ist ja lappig! Aber ich sperre den, der suchtet halt schon ein bisschen länger! Doppelpass mit dem! Ja, Mann! Amenakoyo! Oh mein Gott! Ich hab's verkackt! Warte drauf! Huiiii! Scheiße! Abmehren! Gott! Ich bin grad ultra kacke! Oh mein Gott! Alter! Ich wieder nicht mitgenommen hat! Aber nicht mal zerstörten und gegen die Wand gefetzt! Ist mir grad gut! Bitte! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er springt einfach vorbei! Was? Was? Hex! 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 Oh! Oh Gott! Oh Gott! Hex! Hex! Nein! Nein! Ich flieg doch! Nullspiel! Ich hau ihn in die Mitte! Ich hau ihn in die Mitte! Oder er versucht zumindest! Oh Mann! Der hat ihn ins in der Busch! Der kommt jetzt aber in die Mitte! Mann! Oh mein Gott! Der kommt jetzt aber in die Mitte! Mann! Wie schnell können die immer wieder ins Tor? Oh! Schon wieder jemand da! Wie geht das? Au! Warum hätte ich für 9 gerammt? Oh! Oh! Oh, fast. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich treff grad gar nichts mehr. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, fuck. Oh, du hast voll die Feuerwehr. Oh, lol. Komm, was machst du? Ich hab keinen Boost, komm nicht her. Oh mein Gott. Hab ich schon hinterher gekommen? Scheiße. Ich hatte kein... Uuuuhh. Ne, ich mein, warum bist du hinterher gekommen? Weil... Hau. Ich war einfach rückwärts. Ah, Anna. Komm. Komm. Yeah! 2, 2! Comeback! Oh man. Geh, wenn wir noch ab. Ja! Oh man. Ja! poraht. Oh man! Oh man! Oh man! Ja! Oh fuck Ich hab... Nein! Ich hab keinen Bock auf Nachspielzeit gegen die Mann! Warum Nachspielzeit? Die sind zu gut! Oh mein Gott Oh lol 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott I'm legit So, dann will ich mal sagen, das war's für heute 3 Runden Rocket League Wir sind Silber 3 Ich bin Silber, ich bin Silber 1 Nosh Goth Vampire Okay Dann verabschieden wir uns Bis zum nächsten Mal Tschüssi Wir sind die Am